Hier haben wir das Hotel Folia und hier die Bar, die abends auch sehr gut besucht ist und geht rund um die Uhr. Super Pool-Landschaft, hier die Restaurants unten drinnen. Die haben abends auch ab 22.30 Uhr bis 0 Uhr, von nachts um 2 Uhr bis morgens 7 Uhr haben die Frühaufsteherfrühstück. Kann man hier dann auch was frühstücken, wenn man mal macht. Und hier die Poolbar.